Seht euch vor, vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Jesus ist der Hirte, der euch vor diesen Wölfen beschützt. Und ich bin sein Hund. Der Hirtenhund, der die Lämmer auf den Pfad zurückführt, wenn sie vom Weg abkommen. Und einige von euch haben sich verirrt. Nicht wahr? Mama, bist du böse? Der Raymond sagt, er ist hier und ich ziehe nach Hause zurückzuholen. Ich weiß, du bist hier. Und ich weiß, du kannst mich hören. Du hast vielleicht keine Zunge, aber deine Ohren sind völlig in Ordnung. Willst du wissen, warum ich hier bin? Ich bin hier, um dich zu bestrafen. Warum hast du ihn das tun lassen? Es ist eine Sünde. Ich liebe ihn! Das tust du nicht. Es ist Wolllust. Er wird niemals aufhören, oder? Ich habe ihre Mutter gesehen. Sie ist so ein Mensch, der die andere Wange hinhält. Tun sie das auch? Lass deine Liebsten nie allein. Das solltest du langsam wissen. Over all fliegen. Die Liebsten nicht immer aufhören. Alles恐Pft.